So, der Baum ist weg. Kein einziges fliegendes Laubding ist noch über, wenn ich die sehe. Sehr schön. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Umzug. Aber ich komme einigermaßen gut voran. Es ist halt echt eine Menge an Schwarz, das hergestellt werden muss. Ich habe jetzt auch das Grüne durch Schwarz ersetzt. Ich bin nicht zufrieden damit. Keine Sorge, ich mag es auch nicht. Ich denke, wenn wir später diesen Ersatzstab oder irgendwelche Ersetz-Gadgets haben, dann werde ich die Böden doch noch anders gestalten. Das Wichtigste ist erstmal nur, dass sie einheitlich aus einem Material irgendwo sind. Und danach kann man dann später einfach sagen, okay, ich gehe jetzt einmal durch und setze alles, was ein Block ist, durch den anderen Block und dann ist okay. Ja, aber so leuchtet jetzt wenigstens nicht neongrün in der Nacht. Das fand ich ein bisschen zu abgefahren. Das Dach ist fertig. Das heißt, ich kann gleich ein Häkchen machen. Und ja, die Farmen müssen noch übergebracht werden hierhin. Ihr könnt auch sehen, dass ich Richtung Norden gegangen bin, da ist denn der Charcoal-Peil-Gneiter inzwischen gewichen. Aber so weit nach Norden gekommen sind. Aber ich habe erstmal genug Charcoal hingestellt. Wir müssen jetzt gucken, wo der dann neu aufgebaut wird, der Charcoal-Peil-Gneiter. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5 Blöcken. Das heißt, wir brauchen noch zwei von diesen Blöcken Richtung Norden. Dann sind wir mit dem Komplex auch soweit fertig, was den Grundriss angeht zumindest. Dann kommt einmal komplett die Mauer außen rum und dann kann die eine Kuh da reingebracht werden und dann auch noch ein paar Schafe und Hühnchen. Wir brauchen Eier für Kochsachen, weil Kochen ist toll. So. Aber das war's dann auch schon erstmal hier in der Zusammenfassung. Ich will diese Folge nämlich, wenn alles gut geht, mit euch zusammen in den Twilight Forest. Heißt, ich mache jetzt nochmal die Taschen leer. Einmal mit Wasser dabei haben, ist immer keine schlechte Idee. Und einen normalen Bucket brauchen wir nicht mehr, weil wir die Empty Sails haben. Okay. Essen habe ich auch vorbereitet. Beef Wellington. Konnte ich wieder herstellen. Ich habe auch ein wenig Brot gebacken. Einfach nur, damit ich Hot Dogs und so weiter herstellen kann. Leider hat es dadurch ganz ohne euch die Queste getriggert. Nehmen wir die Buckets, weil es ist Eisen. Und Brot. Ist das ein Alu-Rolling-Pin oder warum bist du blau? Gebt mir ein Fast-Food-Loot-Bag. Hm. Was ist denn drin? Eine Tüte Chips. Ja. Sehr gut. Ähm. Also. Eimer können weg. Münzen können weg. Facken. Kann der Überschuss da rein. Das wird aber weggeschmissen. So. Ähm. Wir brauchen einen Diamanten. Und vier Circles. Hatten wir die letzte Folge gesehen, ne? Circles haben wir dank der Beutel ja ein paar. Sonst wäre das recht unangenehm, das Rezept. Oh, 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 oh. Ja. Wir haben hier recht viel Smog. Das ist okay. Brauchen ein Momentchen. Dann können wir nochmal kurz runter, wenn er ein Momentchen braucht. Hihihihi. So. Hm. Und da haben wir noch so schönes Leckeres. Ich hätte gerne möglichst viel Hunger restored. Ein Blueberry Pie. Pie. Ein Raspberry Pie. Ein Blackberry-Kobbler. Oh, solche zwischen einem Pie und einem Kobbler. Hm. Apple Pie. Baked Ham. Alles noch nicht gegessen, ne? Okay, das bringt ja auch nur drei Haxen oder was, aber... Was? Ein Brezel? Pumpkin Bread. So, das muss jetzt mal reichen. Ähm. Also Chips essen wir nicht. Das sind alles Sachen, die schon gegessen wurden. Hier unten sind die nicht gegessenen Sachen. Unser Rucksack quillt über vor Essen. Hm. Gibt's schlimmeres, würde ich sagen. Kurz schlafen. Wir müssen doch gleich das Portal selbst noch vorbereiten. Das Portal selbst ist... doof. Es hat eine gerade Anzahl. Äh. Wir bräuchten dafür ein paar normale Blumen. Hm. Oh. Ist hier etwas... Gepufft? Hm. Da hatte ich ja den Gegner gesehen. Egal. Also, Quick and Dirty Portal Generator. Bucket mit Wasser bräuchten wir zwei. Und zwölf Blumen? Also, das Questbuch hat zumindest zwölf gesagt. Was mich ein bisschen irritiert hat. Normalerweise reichten, glaube ich, acht. Da. Ja. Zwölf Blumen drumrum. Any Vanilla Flower. Das war der nächste Knackpunkt. Okay. Dann gib mir... Sechs... Davon. Und sechs... Davon. Und das Ganze bauen wir. Nicht... nicht in der Nähe von meinem Muster, nein. Ähm. Hehe. Ich weiß, wo ich's baue. Das ist arme Dorf, da. Geplündert. Überfallen. Die Häuser zerstört. Und jetzt wird auch noch ein Portal zu einer anderen Dimension drin gebaut. Aber so ist es halbwegs sicher. Wobei, die hier hatten gar keine Wachen, ne? Wir müssten denen irgendwann mal einen Eisengrohle hinstellen. Einfach so als kleine Entschädigung. Und dann kann er denn unser Portal bewachen. Hallo. Warte, das Portal friert hier ein, ne? Ja, das ist nicht gut. Nee, 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 nee. Ähm. Ich hab nochmal Glück gehabt. Hier schon wieder. Dann müssten wir zum Standhaften Dorf, ne? Die haben definitiv Wachen. Gucke ich mal, ob ich da hier einen schönen Sprungpunkt finde. Nee. Auch bessere Pistenboots. Oder ein Jetpack. Aber ein Jetpack ist, glaube ich, echt noch eine Weile weg. Das macht nämlich sehr vieles sehr einfach. Deswegen wird's gegatet. Hinter anderen Sachen. Ich gucke jetzt mal absichtlich nicht auf die Karte. Einfach nur, um zu schauen, ob mein Gefühl für die Umgebung richtig ist. Ich glaube aber, das war nordwestlich von unserer Base. Unsere Base ist den Fluss da entlang. Wir haben Hunger, das ist sehr gut. Und da sehe ich Häuser. Ja. Schön. Okay. Neues Essen. Neues Essen. Brezel zum Runterspülen. Leider kein Herz. Na gut. Das sind die Überbleibsel von dem Kometen. So. Guten Tag zusammen. Ich habe gehört, ihr habt eine Verteidigung. Können wir das da drin bauen? Wir hatten so einen kleinen Innenhof, ne? Ja, das sieht doch perfekt aus für sowas. Bist leider symmetrisch. Symmetrisch. Also, sehr lüblich. Gebäude. Ähm. Aber du bist leider symmetrisch. Oh, wir haben keine unendliche Wasserquelle. Ja, zwei Buckets reichen entsprechend natürlich nicht. Das müssten wir gleich noch anpassen. So. Ihr habt doch bestimmt hier irgendwo Wasser, ne? Eure Pflanzen brauchen nicht sechs oder sieben Source-Blöcke hier. Nein. Ein Source-Block in der Mitte reicht völlig. Da und da. So. Okay. Ähm. Schwert und Schild. Fackel dich dahin. Den Schüssel werden wir jetzt nicht unbedingt sofort brauchen. Dich werden wir nicht brauchen. Eine Fackel über. Äh. So. Aufi. Oh. Okay. Hey, 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 hey. Das ist neu, oder? Dass hier gleich alles anfängt zu brennen. Äh. Gott. Gott. Oh. Er muss sehr viel laden. Magic Bubble of Protection ab. Hier ist es gut. Rival Twilight Forest. Rival Twilight Forest. Direkt neben dem Boss. Allererste machen wir mal neun Dimension ankommt. Big Punkt. Der ist auch an. Okay. Ich sehe friedliche Tiere. Ich sehe Mycelium. Wenn ich dich abbau, kriege ich ganz normalen Dirt. Ja, schade. Äh. Die Leuchtkäfer. Muss nur mit der Hand abholen, ne? Oh. Okay. Auf aggressive Art und Weise abholen. Habt ihr was Neues? Hm. Nicht wirklich. Low on Sticks. Firefly Canopy Tree Wood. Magic Novice. Okay. Okay. Also wenn wir genug von denen sammeln und anscheinend die Art von Bäume hier fällen. Ich guck mal, ob unsere Axt jetzt reicht. Hehehehe. Ja. Sie hat ein paar Level-Ups genossen. Durch dieses Fällen von dem Riesenbaum. Ähm. Ich hab dem Ding jetzt auch noch einen Diamond und Emerald drauf gehackt. Das heißt, das Ding hält entsprechend länger. Oh. Wurzeln. Ah. Stimmt. Da war was. Wir müssen nur vorsichtig sein, weil da unten könnte es dunkel sein. Und das waren nur normale Sticks. Ja, das wären diese Heilwurzeln, was das sind. Root Strands. Nein. Okay. Wir brauchen unbedingt ähm. Silk Touch auf irgendwas. Momentan hau ich einfach nur alles kaputt. Ich hatte doch gemeint, dass wir Probleme haben, Pilze zu bekommen für irgendein Rezeptor. Das sollte jetzt nicht mehr ein Problem sein. Die geben... Ja doch, sie geben Pilze, aber nicht so viel wie ich dachte. Macht aber auch Sinn, weil das sind so viele hier. Na gut. Also, Pilze kriegen wir regelmäßig. Unser Portal ist da. Ich würde ganz gerne gleich noch einen von den Bäumen mitnehmen. Für diese Quest. Oh, das funktioniert super. Okay, ich habe doch nichts gegen die Axt gesagt. Sie muss nur halt stark genug sein. Und man muss halt genau unten die mittleren Ding jetzt treffen. Irgendwas sapscht da gerade. Der Haufen Schafe. Ich weiß noch was passiert wenn man da rein geht. Ich will nicht die Bosse jetzt wissen. Ich will erstmal gucken, wie ist diese Dimension? Haben sie da irgendwas großartig aufgebohrt oder ne? Das ist Punkt 1. Dann will ich gucken, ob wir irgendwelche Adern finden. Coke-Oven da. Stuck. Stick and Stones. Wo ist das Ding, was wir eben hatten? Low on Sticks. Canopy Tree Seedlings bräuchten wir noch ein paar mehr. Und ein, zwei von den Kiefern. Kommen die Kiefer runtergefallen, wenn wir den Baum fällen? Ja. Also einfach nur den Twilight Forest abholzen und schon haben wir. Alles, was wir brauchen. Klingt kein bisschen falsch, oder so. Hast du dir das gemerkt? Okay. Also. Dark Wizard, Forest Ranger und eine Novice Loot Bag als Belohnung bekommen wir. Silky Jewel ist Silk Touch, ne? Wo ich gerade drüber geschnackt habe. Nimm den. Eieieiei. Ja, nee. Ich will jetzt nicht mit Thaumcraft anfangen. Lead, Galena, Silver and Cryolide. Lead klingt gut, das brauchen wir für Batterien. Nickel. Garnerite, Nickel, Kobalti, Pantelite. Epic Bacon. Und ja, okay. Nee, dann. Ganz normaler Zombie, willst du mich verpälen? Reise zwischen den Welten, um neue Erfahrungen zu machen und ich laufe und ich laufe in Zombie. Egal. F9, F9, F9. Ich schaue mal, ob das hier genauso einfach funktioniert. Also, wir buddeln. Waffe wieder weglegen. So. Ich gehe jetzt einfach ganz normal runter und tue so, als wenn wir in der Oberwelt wären. Das ist ein Orchard, you're at the center of the chunk. Wenn irgendwas Garstiges unter uns auftaucht, also ne... Glauconid, Olivine, Magnesite und Petanite. Hi. Rare Syslord des Todes. Zwei Schläge Todes. Ähm. Ah, ist nichts besonderes hier. Ist einfach nur ein ganz normales Höhlensystem. Hast du was besonderes? Gurtgarten. Hi. Ich glaube, das war so ein kleiner Bläuling. Hi. Und sein Zeug ist im Beutel gelandet. Nein, die Beutel sind zu. Was hattest du gerade für Zeug? Vielleicht ne Flyerfly. Äh, ich glaube, die Sache hier brauche ich noch nicht. Ähm, Magnesite. Äh, Impure Magnesite, Magnesite, ja, im Electrolyzer, in MV, das ist ne Magnesiumquelle. Das ist also erstmal nicht so wichtig. Oh, die Dinger meinte ich. LiveRoot, die sollten jetzt was anderes geben. Oh, warum ist mein Inventar jetzt plötzlich voll? Habe ich mich verguckt? Das hatten wir schon ein, zwei Mal, dass, ne, die Sachen plötzlich reinploppen. Was jetzt ein bisschen unpraktisch ist. Mal erforschen. so, die da meinte ich. LiveRoot. Wir können Asche draus machen. LiveRoot Dust. Ironwood. Ne, das Ironwood suche ich. Weil das soll härter sein als unser Elyomide und damit soll man dann Kobalt abbauen können. Ähm, weil man später zu viel hat, kann man das aber auch umtauschen. die, was macht der Dust? LiveRoot Dust ist Wood Pulp ist Ironwood Dust. Also wir können selber Ironwood später dadurch theoretisch herstellen. Vielleicht kann man die irgendwie anpflanzen mit IC2 Crops oder so. Ja, die anderen Sachen waren glaube ich auch interessant. Ich sollte wieder hochgehen. Boink. Boink. Das wird jetzt aber ganz regulär auf der Karte markiert, ne? Und hier oben ist es immer Dark beziehungsweise immer Twilight. Also sollte nichts spawnen. Äh, Karte, Karte. So, Olivine haben wir. Dann gehen wir nach Norden. Also scheinbar ist die Oberwelt hier sehr entspannt. ich denke diese Mining-Aktion die ich jetzt gerade mache kann ich denn ohne euch auch fortsetzen ohne großartig was Neues zu finden. Also später. Wir sollten erstmal uns noch umgucken und ein wenig so die Umgebung kennenlernen. Weil beim Runtergraben kann man ja auch in irgendwelche Höhensysteme stoßen und dann da auf Gegner treffen die man noch nicht gesehen hat und so weiter. Das wäre dann ein bisschen doof. So, wer was bist du? Graphite. Ach, eine Diamantenade. Das ist gut. Aber nicht was wir gerade suchen. Boop. Ja gut. Also ich werde dann weiter danach suchen später. Jetzt gucken wir uns so um. Nach Dungeon nach irgendwelchen oberirdischen Konstruktionen, die ich noch in Erinnerung habe. Wir könnten auch die Hydra oder nicht Hydra. Das ist die Naga. Ich glaube die Naga war gar nicht so schlimm. Also in Vanilla. Ja komm, was kostet die Welt? Schlimmste Entscheide. Hi. So. Also. Mann. Nehme das, das, das. Es gibt ja bestimmt irgendwelche richtigen Taktiken, die er machen muss. Ich hatte bisher einfach nur Hau drauf und Lauf weg zum Regenerieren gemacht und das ging eigentlich ganz gut. Ja, das Schwert macht gut Schaden. Die Schlange scheint nicht besonders plätschig zu sein. Schnee, ja. Okay, ich darf finde ich und wir haben gar keinen Schaden bekommen. Nimm das Boss. Okay, okay, also wir können Nein, ich sollte nicht zu leicht sehen. Ich wollte gerade sagen, wir können ja hier schnell jetzt alle Bosse durchraschen und die ganzen Loops nehmen und all sowas. Aber wer weiß, vielleicht ist hier nur der erste Boss leicht, um einen anzuköbeln. Hast du was verloren, Naga? NagaHunter. Big ugly snake. Oh. Hey, Kleiner. So, eine Naga Trophy. Naga Scales und Miniature Yellow Heart. Damit kann ich nichts craften. Mit der Naga Trophy kann ich mehr Naga Scales herstellen. Wie die dabei verbraucht. die Scales. Wir können daraus eine Rüstung machen mit Protection 7 und Fire Protection 3. Unsere hat Protection 9. Ist aber auch die Brustplatte. Warte. Rose ist 6 3. Hat Protection und kein Fire Protection und einen Zauberstab können wir daraus machen. Mit Aluminium Screws. Aluminium ist wieder MV. Das haben wir noch nicht. Die Hose wäre besser als unsere Hose. Okay. Das können wir damit dann schon mal machen. Und sonst scheinbar nichts. Oh so ein Leuchtekäfer Ding. Aber ich sollte mit dem Inventar jetzt nicht zuspammen. Mach das mal alles weg. So. Das war gut für's Ego. Ja. Keine andere Sagen. Kommst du hier rüber. Ich würde eigentlich ganz gerne auch ein bisschen fliegen. Damit wir besser vorankommen. Uh, uh, uh. da ist ein gefährliches Gebiet. Dürfen wir, glaube ich, erst rein, wenn wir irgendwas gemacht haben. Boss oder so? Oh, oh. Ja, kriegen wir Hunger. Was gar nicht mal so schlecht ist, dann kann ich wieder mehr Essen essen, als wir noch nicht gegessen haben. Könnt man fast nutzen. Gib mir ein Baked Ham. Level up. Und ein Pumpkin Bread. Oh, ja, Eier. Eier brauche ich auch noch. Aber ne, gut, also da nicht lang. Das ist südwestlich von dem Naga. Zum Glück ganz schön viel hier. Westlich ist das komplett einmal um uns rum. Wenn es jetzt auch gleich im Norden ist, dann haben wir irgendwie ein Problem. Das war jetzt nicht sehr episch. ist das hier was besonderes? Will nichts sagen, aber Baum, du bist auffällig. Du musst sterben. War nichts besonderes so. Nö. Einfach nur ein Baumstab. Und du kannst als Müll halte dienen für Aussortier Sachen. Arsenic Dust. Wo kamst du denn her? Von der Naga? Oh. Er hat gerade Geräusche gemacht. Ich habe nicht gehört. das war aber ein Zombie. Ist das noch eine Naga? Was ist noch eine Naga? Ich meine warum nicht? Also mir fällt instant ein warum nicht? Es könnte eskalieren und mit jedem Kill stärker werden. Aber nein das sieht nicht aus. Oh das ist eine sehr langsame Eskalation. Das sind einfach die Rentiere. Oh neues Fleisch. Sehr gut. Mehr Futter für die Küche. Sprungattacke machen. Ich springe nur so hoch, da ist das ein bisschen schlecht zu tun. Achso und gleich darauf achten wir haben jetzt drei Essentests. Erst haben wir gleich mehr. Na komm. Sprint. Boom. Ne, drei Essentest. Dann muss ich noch nicht gegessen. Raw Venison. Raw Venison. Noch nicht gegessen. Du, du musst leider sterben. Raw Venison? Ah, nein. Twilight Forest, Pam's Harvest Craft. Oh, keine Ahnung. Ich esse es einfach. Habt ihr dann auch alle was Neues? Ne, das ist ganz neuer Matten. Ja. Ja. also dich braun ich 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 die avocado können wir mal essen jetzt haben wir 16 scales damit können wir also wir können dann immer wieder es ist nicht so stark wie unsere super duper panzerung aber ich denke wenn wir das beides regelmäßig kraften das hier ist ein punkt besser als unsere momentane hose das da ist zwei punkte schlechter zum momentaner brustplatte das ganze set ist nur ein rüstungspunkt schlechter als unser jetziges set dafür hat es immer die verzauberung drauf protection sogar drei das ist wesentlich besser als was wir haben und fire protection auch drei ebenfalls besser was wir haben das heißt das regelmäßig kraften könnte eine gute alternative sein 336 durability unsere sachen okay die haben mehr durability gerade das komposit west ding da schauen wir nicht irgendwo runter danke mir ist gerade eingefallen was es hier noch gibt hier gibt es diese schatz hügel also erstmal ist der baum hinten noch auffällig hi hast du was in der mitte nicht wirklich ja also sehr cool für ein starterhaus und dergleichen aber also nicht mal starterhaus für eine allgemeine base muss man nur halt ordentlich auf den ersten beleuchten oben und irgendwie half slabs aufpappen kommen hier avocado und raspberry pie sehr schön also ich suche schatz hügel ich suche kein blei mehr das mache ich irgendwann später ich suche so weitere strukturen mehr nagers für schuppen ich glaube hier irgendwo drinnen aber was geht hoch ich sehe aber auch von hier oben nicht wirklich was was zum geiler ist das da hinten ach so das war einfach nur die nee was ist das da ist mir nicht was neues zu essen oh 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 Säureregen bis zur Hölle kann ich schlafen oh mein achso ich sage mein Schlafsack ist weg aber nein der liegt diesmal komischerweise auf dem Boden und nicht aus dem Inventar geschlafen und das Schlafen hat den Regen nicht weggemacht das war jetzt nicht viel Schaden und so aber die Rüstung wird wahrscheinlich kaputt gehen last stand eventuell bleibt der Regen auch oh was ist das da oh uh hi jetzt macht der Regen gerade keinen Sch- oh ok nevermind Cave Troll definitiv aggressiv irgendwie haben wir ihn gerade die Höhle ist quasi angegangen ich weiß nicht warum alte Skelettrik funktioniert immer noch die bekämpfen sich gerade gegenseitig und verbrennen ich denke auch hier könnte ich einfach reinspringen und würde überleben aber ich würde allerdings riskieren aber jetzt sind alle tot zack zack warum regnet es hier rein ok ich denke es ist ein ähnlicher Schutz wie oh ein ähnlicher Schutz wie auch drüben mit diesem schwarzen Gerissezeug wir sollen hier erst hin oh komm schon wir sollen hier erst hin wegen Boss gemacht haben die Rüstung hat drei Punkte Schaden genommen wo ich gerade drauf geachtet habe also die Schuhe waren bei 41 jetzt sind sie bei 37 also auch bald Schrott äh ja was bist du Naga Scale Chip Naga Scale Fragment Naga Scale also man kann aus ganz vielen kleinen Chips die herstellen aber ok ah ok also man kann mit Bienen alles machen das heißt mit der richtigen Biene kann man die Fragmente bekommen mit den Fragmenten dann die größeren Teile und dann kann man sich so nach und nach Naga Scale zusammenbasteln ist also eine erneuerbare Ressource so gesehen man muss also nicht durchgehend den Twilight Forest hier erweitern um an die Scales zu kommen was ist das jetzt hier für eine Arne Trollstein Trollstein war früher nicht hier drin ne also im ganz normalen Twilight Forest Trollstein ist einfach nur ein Stein okay funkelt nur toll so wenn man die mit Sicktouch abbaut kommt vielleicht was anderes raus so ich hätte vielleicht noch ein anderes Erz antingen sollen Punkt Kohleader okay oh ne Steinbiene äh also die kriegen wir auch in der Oberwelt und so ne aber ich hab da nicht dran gedacht die wieder jetzt zu holen jetzt wohl ich mit der Bienenzucht bin schon weg wo ist die Prinzessin hin ist die auch wieder irgendwo im Inventar und taucht auf wenn Wintel haben die auch keine Prinzessin Notes on and the Highlander bei Forgotten Explorer weg 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 egal wir haben die Ader hier markiert ich denke ich halte mich von dem Säuregebiet fern ich halte mich von dem komischen Schwarzkrissegebiet fern und schau wo wir jetzt regulär weiter können ja weil es geht es geht es geht